Ja, auch das Thema unseres Gesprächs habe ich schon angeteased. Vor rund zwei Jahren wurde WhatsApp von Facebook übernommen und damals beteuerte man ja, dass keine Daten der Nutzer und Nutzerinnen zwischen den Unternehmen getauscht werden. Und jetzt sollen wir eben die Telefonnummern, die WhatsApp speichert, an den Mutterkonzern, an Facebook übermittelt werden. Das ist jetzt rausgekommen. Viele Nutzer und Nutzerinnen des beliebten Messagers fragen sich nun, was soll ich tun? Werden meine Daten weitergegeben, egal was ich tue? Was passiert mit den Daten? Wofür werden sie genutzt? Und kann ich das Ganze irgendwie verhindern? Fragen von Nutzer und Nutzerinnen, die ich direkt weitergebe an Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Hallo nochmal. Kannst du nochmal erklären, welche Daten da konkret wirklich an wen weitergeleitet werden und ab wann das gilt? Also Ende August hat eben Facebook bzw. WhatsApp verkündet, dass eben jetzt künftig diese Daten von WhatsApp eben an Facebook übermittelt werden sollen, an den Mutterkonzernen. Und unter diesen Informationen sind eben die Telefonnummer, die übermittelt werden sollen, aber auch wann jemand online war. Daraus kann man ja auch schon ein relativ gutes Bild entwickeln, wann jemand online ist und dann auch mit wem man eben in Kontakt steht. Und diese Metadaten, diese bekannten Metadaten eben, mit denen man relativ gut Verbindungen aufzeigen kann, wer mit wem befreundet ist und wie intensiv befreundet ist und so weiter und so fort. Und darüber, dass jetzt eben diese Telefonnummern wieder zu Facebook wandern, kann man eben zum einen erkennen, wer ist überhaupt bei beiden Diensten. Oder gibt es eben Leute, die möglicherweise nur bei WhatsApp sind und noch nicht bei Facebook waren und das sind vor allen Dingen eben die Daten, die jetzt Facebook interessieren. Also alle Leute, die vorher noch nicht irgendwie in der Datenkrage Facebook irgendwie gelandet sind, die sollen jetzt eben darüber auch mit abgefischt werden. Ja, das ist ja sowieso eine krasse Nummer, dass man, wenn man jetzt Facebook nie genutzt hat, aber eben WhatsApp installiert auf seinem Telefon, dann ist man ja jetzt im Prinzip zumindest als Scheinprofil quasi angelegt bei Facebook. So davon kann man ausgehen, oder? Also man ist nicht nur als Scheinprofil angelegt, sondern die Daten werden tatsächlich auch genutzt. Und zwar, das muss man ablesen, weil das ist ein irres Zitat, um die Facebook-Werbung und Produkterlebnisse zu verbessern. Produkterlebnisse? Die Produkterlebnisse werden verbessert. Toll! Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber die werden jetzt auf jeden Fall verbessert. Also ein toller Service für alle, die eben vorher nur bei WhatsApp waren und jetzt die Daten eben zu Facebook waren, dann ist mir auch noch nicht so ganz klar, wie für die das Facebook-Produkterlebnis irgendwie verbessert werden soll. Weil die wollen ja eigentlich nichts mit Facebook zu tun haben, sonst hätten sie sich ja irgendwie da angemeldet. Für die soll jetzt aber eben bessere Werbung auf den Weg gebracht werden. Und das ist das auch, was das Unternehmen eben will. Man will sozusagen mit den Daten, die dann genutzt werden, personalisiertere Werbung an die Leute bringen und damit halt einfach mehr Produkte verkaufen und damit mehr Geld verdienen. Das ist also die Verbesserung des Produkterlebnisses. Ja, wahrscheinlich für Facebook. Ja, dass du das nochmal erklärt hast. Das heißt, die Daten werden im Prinzip genutzt, um noch mehr personalisierte Werbung eben anbieten zu können, weil man die Leute einfach besser einschätzen kann. Je mehr Daten man weiß, desto mehr weiß man hat, desto mehr weiß man auch über das Kaufverhalten zum Beispiel des Einzelnen. Genau, also da kann man eben Vorhersagen darüber treffen, was diese Person als nächstes wahrscheinlich gerne kaufen möchte. Und dann wird eben versucht, das dann entsprechend auch anzubieten. Ja, habe ich voll Bock drauf. Bis zum 25. September hätten Nutzerinnen und Nutzer laut WhatsApp ein Häkchen setzen können, das dann dazu geführt hätte, dass man sich gegen diesen Datenaustausch positioniert. Hätte das überhaupt was gebracht oder ist das im Prinzip nur eine oberflächliche Option gewesen, die gar nicht funktioniert hätte? Also die Option, die man den Leuten eingeräumt hat, ist zu sagen, die Daten werden egal wie trotzdem übermittelt, aber sie werden eben nicht zur Verbesserung der Produkterlebnisse genutzt. Also man nutzt diese Daten nicht, um damit dann eben die Leute mit Werbung zuzuballern, sondern man hat einfach diese Informationen. Da fragt man sich natürlich auch, wozu braucht Facebook diese Daten, wenn es gar nicht nutzen will. Wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass Facebook etwa auch von den Nutzerinnen und Nutzer gelöschte Nachrichten weiterhin auf den Servern behalten hat, um eben diese Daten weiterhin auszuwerten. Also von daher hier dem Unternehmen tatsächlich zu glauben, dass diese Daten dann nicht in irgendeiner Art und Weise verwendet werden oder genutzt werden, darf zumindest angezweifelt werden, wenn man sich die Vergangenheit dieses Unternehmens anschaut. Aber auf jeden Fall, selbst wenn man eben hier an dieser Stelle widersprochen hat, werden die Daten trotzdem übermittelt. Und das muss doch rechtswidrig sein eigentlich im Prinzip, oder nicht? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine gesetzliche Grundlage gibt, vor allen Dingen nicht hier in Europa, die dazu führt, dass man eben einfach so die Datensätze austauschen kann. Also es wäre nur dann möglich, diese Daten zu übermitteln, wenn es zum Beispiel zum Funktionieren des Dienstes notwendig wäre. Das ist in dem Fall nicht gegeben, weil dieser Dienst funktioniert grundsätzlich auch ohne Werbung, beziehungsweise ohne personalisierte Werbung. Von daher ist diese Datenübergabe in diesem Moment rechtswidrig. Was möglich wäre, wäre eben ein Einverständnis der Nutzerinnen und Nutzer einzuholen. Hier hat es aber eben WhatsApp beziehungsweise Facebook so gelöst, dass einfach von vornherein dieses Häkchen zur Datenübermittlung angekreuzt war. Und eben auch die Verwendung der Daten für Werbung war voreingestellt, sodass man aktiv hätte dem widersprechen müssen. Und das widerspricht eben tatsächlich nach unserer Auffassung und auch nach Auffassung von anderen Akteuren, auf die wir sicherlich gleich noch kommen, eben geltenden Recht. Weil hier hätten die Nutzerinnen und Nutzer aktiv zustimmen müssen, dass sie gerne künftig eben diese Facebook-Werbung und Produkterlebnisse verbessert haben möchten. Und eben aktiv dieses Häkchen setzen und nicht aktiv dieses Häkchen rausnehmen. Also man nennt das Opt-in versus Opt-out. Und hier hätte man eben diese Opt-in-Lösung nehmen müssen, dass Leute eben aktiv das Häkchen selber setzen müssen, dass eben diese Daten genutzt werden sollen. Das ist nicht passiert. Von daher gehen wir davon aus, dass dieses Verhalten rechtswidrig ist. Und das sagt auch Prof. Dr. Johannes Kasper aus Hamburg, der oberste Datenschützer der schönen Stadt an der Elbe, der ja hier auch schon des Öfteren gelobt wurde für sein Engagement. Der ist immer quasi sehr aufmerksam, wenn es darum geht, Facebook zu beobachten und auch den Datenhunger dieser Company ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Jetzt sagt er, gegen den US-Tech-Konzern muss eine Verwaltungsanordnung vorgelegt werden. Wie aussichtsreich ist das Vorgehen jetzt? Wie groß sind die Chancen, dass Johannes Kasper mal wieder dem großen Konzern ans Bein pinkeln kann? Naja, also ein Stück weit hat er das ja schon direkt getan. Diese Verwaltungsanordnung, die er da ausgesprochen hat, ist direkt gültig gewesen. Also das bedeutet, in dem Moment, wo diese Anordnung ausgesprochen wurde, durften keine Daten mehr von deutschen WhatsApp-Nutzerinnen und Nutzerinnen an Facebook übermittelt werden. Allerdings hat natürlich Facebook direkt widersprochen. Und jetzt geht es natürlich dann vor Gericht. Und zunächst einmal, zumindest hat das Facebook erklärt, versuchen mit Herrn Kasper irgendwie in Dialog zu treten, um dann ihm wahrscheinlich irgendwie zu erklären, dass wie toll diese Produkterlebnisse eben zum Beispiel sind. Und dass das alles nach ihrer Ansicht ja rechtlich okay ist. Also Facebook hat auch gesagt, sie würden sich an EU-Datenschutzrecht halten. Das können sie ja natürlich einfach nur mal so behaupten. Also wie gesagt, wir sind nach wie vor der Meinung, dass es nicht so ist. Und das sieht eben so aus, als würde das jetzt eben tatsächlich vor Gericht werden und dann eben vor Gericht geklärt werden, ob hier diese Datenübermittlung tatsächlich rechtmäßig ist. Was macht man jetzt, wenn man nach wie vor mit Leuten sich per Messenger unterhalten möchte, wenn man gerne kommuniziert mit Textnachrichten? Hast du da Alternativdienste im Angebot? Sollte man soweit auch wirklich gehen, dass man sagt, WhatsApp muss runter von der Funke? Das macht so keinen Sinn mehr oder wie? Also letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, ob er eben diesen Dienst weiter nutzen will oder nicht. Wir sehen es eben sehr, sehr kritisch aufgrund dieser Datenweitergabe, die hier passiert, WhatsApp weiter zu nutzen. Also wir raten da grundsätzlich eher davon ab, diesen Diensten nutzen und raten eben zu Alternativen. Eine Alternative wäre zum Beispiel Signal oder Signal, je nachdem, wie man es gerne aussprechen mag, gibt es für alle Betriebssysteme auf allen Handys. Und der große Vorteil ist, dass auch hier die Nachrichten verschlüsselt werden. Man geht sogar davon aus, dass Hillary Clinton zum Beispiel oder Edward Snowden diese App benutzen. Also es scheint sich um ein sehr sicheres Verfahren zu handeln, wurde auch schon einige Male angegriffen und hat sich als relativ robust und stabil erwiesen. Es ist also eben auch so, dass man hier ein Stück weit dann auch vor Geheimdiensten oder irgendwie anderen interessierten Kreisen geschützt ist, wenn die eben Kommunikation in irgendeiner Art und Weise abfangen wollen. Und funktioniert im Grunde genauso wie der andere Messenger auch. Streamer habe ich noch. Streamer ist auch okay, oder? Ist auch okay, ist auch eine Alternative. Genau, also es gibt da eine Reihe von eben Diensten, die da angeboten werden, die eben deutlich datenschutzfreundlicher sind, als hier eben, dass zum Beispiel bei WhatsApp der Fall ist. Also bei Streamer ist es ein bisschen so, da kann man nicht so genau in den Code reingucken und da weiß man auch nicht so ganz genau, ob das alles so ganz funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Alternative als eben WhatsApp. Das heißt unter Umständen, Leute da draußen, noch eine WhatsApp-Nachricht an alle Kontakte und die heißt dann, wir sehen uns bei Signal oder Freema oder so. Besonders problematisch ist es aber jetzt eben diese Nachricht zu schicken, weil jetzt muss man eben den AGB zustimmen. Also interessant ist zum Beispiel auch, dass wenn Leute jetzt, sagen wir mal, den AGB nicht zugestimmt haben, für die wird ja WhatsApp dann nicht mehr benutzbar. Das ist ja auch erstmal okay, dass man dann eben sagt, okay, wer unsere AGB nicht akzeptiert, der darf unseren Dienstmitteln nutzen. Aber diese Leute haben auch das Problem, dass sie das jetzt gar nicht mehr löschen können, den Account, weil sie, um diesen Account löschen zu können, vorher die AGB akzeptieren müssen. Und das ist natürlich auch hier ein ganz, ganz hinterhältiges Vorgehen. Genauso kann man das bezeichnen. Aber es gibt ein Workaround. Man kann eben zum Beispiel, wenn man sein Passwort verloren hat oder das geklaut wurde, kann man WhatsApp eine E-Mail schreiben und kann sagen, ich kann nicht mehr auf meinen Account zugreifen, weil ich meine Zugangsdaten zum Beispiel verloren habe. Dann wird der Account für 30 Tage deaktiviert. Und wenn man in der Zeit sein Passwort nicht wiederfindet, dann wird der Account nach 30 Tagen gelöscht. Also das ist sozusagen der Workaround, den man jetzt gehen kann, ohne die AGB zu akzeptieren, damit eben die Daten nicht dann trotzdem übermittelt werden, wenn man das nicht will, um dann auch tatsächlich nachhaltig seinen Account löschen zu können. Also hier werden einem ganz viele Steine in den Weg gelegt. Man wird dazu gegängelt, man wird dazu gedrängt, eben hier die AGB zu akzeptieren, damit eben diese Daten an Facebook wandern und man muss sehr viel Arbeit auf sich nehmen, um das zu verhindern. Und wenn man sich eben dieses Verhalten dieser zwei Unternehmer oder jetzt eben dieses einen Unternehmens anguckt in der Vergangenheit und dann ist erkennbar, dass hier immer weiter versucht wird, in die Privatsphäre der Menschen vorzudringen, immer mehr Informationen über die Leute zu sammeln. Und von daher ist eigentlich der konsequente Schritt zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man diesen Unternehmen in den Rücken kehren sollte und auf datenschutzfreundliche Alternativen ausweichen kann. Ja, meine Damen und Herren, Meinungen zum Thema bitte nur noch auf Twitter absetzen. Ich lösche jetzt mal kurz die Facebook-Seite von Flux FM. Es ist doch nicht zu fassen. Es ist Zeit. Es ist Zeit, Kinder. Ich weiß nicht, ob ich das bei den Onlinern durchsetzen kann, aber im Prinzip wäre es an der Zeit. WhatsApp hat seit dieser Woche neue Datenschutzbestimmungen und gibt sensible Daten wie Telefonnummern an den Mutterkonzern Facebook weiter, was damit passiert, wie man dagegen vorgehen soll und wo ihr die besten Alternativen zu WhatsApp findet. Das hat euch und uns Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft erklärt. Ihr findet den Verein im Netz unter digitalegesellschaft.de. Da sind zum Thema auch noch zwei, drei Texte nachzulesen. Vielen Dank, Alexander Sander. Sehr gerne. Ich schreibe dir dann vor unserem nächsten Gespräch eine Nachricht auf Signal. Ich freue mich. Ich freue mich auch schon drauf. Ich lade mir jetzt Signal erstmal runter. Danke, bis zum nächsten Mal. Perfekt. Wunderbar. Tschüss.